Da ist der, der Alpha-Seth. Meine Güte, der ist ja riesig. Wie sollen wir den besiegen? Na, das wäre eine Idee. Du und ich. Genau wie geplant. Komm schon. Okay. Wenig Munition, keine Waffen. Die Lage sieht gar nicht gut aus. Ich würde sagen, wir donnern einfach alles rein, was wir finden. Was haben wir hier drüben? Egal, wir nehmen es mit. Wow. Oh, das sieht teuer aus, mein Freund. Robert! Robert! Sind Sie da? Sind Sie okay? Nein! Dieser Anzug gehört mir! Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Ich halte doppelt so viel aus wie du. Okay, was haben wir hier? Geschütze, die wir übernehmen können. Energie hier drüben. Gut zu wissen. Hier hatten wir... Wir brauchen irgendwas Stärkeres. Irgend so eine richtig gute Waffe. Und wo zur Hölle ist er hin? Ich meine, so jemanden wie den kann man doch nicht verlieren. Ach, sieh mal einer an. Der hat sich Verstärkung gerufen. Tja, da kriegt wohl jemand Panik. Ach komm, die Kleinen, die holen wir so weg. Da brauche ich keine Waffe. Okay, okay. Sag mal, können wir da drüben rein? Yes, wir können hier drüben rein. Aber wir sollten lieber wieder rausgehen. Wenn der zuhaut, dann ist der Panzer weg. Komm schon. Übernehmen. Oh Mann, keine gute Idee. Oh Gott, wir brauchen eine bessere Waffe. Erstmal hier die maximale Panzerung. Was haben wir hier? Munition. Ah, jetzt können wir wieder treffen. Immer wenn hier die Ansage kommt, dann müssen wir eben eine reinhauen. Und solange bleiben wir in Deckung, Du bist einer von uns. Bei Klob. Was ist das? Nein. Ich bin nicht wie du. Ganz und gar nicht. Übernehmen wir. Ich bin besser als du. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Okay, hier drüben kommen die neuen Gegner. Ah, die Waffe ist schon super. Aber wenig Schuss. Na, dann schicken wir sie mal fliegen. Oh Mist, so ein ganz großer. Oh, schon besiegt. Hm. So schnell kann es gehen. Okay, dann einmal hier noch hacken. Den hier nehmen wir auch noch. Na komm schon. Na verdammt schon wieder keine Munition. Ob das gut geht? Sollen wir hier reingehen? Oh, wow, wow. Na, was haben wir hier? Komm schon. Komm schon. Einfach alles reinhauen, was geht. Oh, schon wieder keine Munition. Was haben wir hier noch? Aber hier haben wir die perfekte Deckung. Na super. Ja. Das war's. Eine wahre Schwanzverstand wird sie verrichten. Es ist all right. Er gehört dir, Boss. Das ist für das Raptor-Team, du Hurensohn. Er gehört dir, Boss. Michael! Michael! Raus da mit dir! Ich sitze in der Falle. Dieser verdammte Kurt klemmt! Michael! Halt durch! Ich hole dich raus! Keine Zeit. Wir sind zu spät gekommen. Sie sind durch! Ich werde dich da rausholen! Prophet! Barnes! Halt durch! Michael! Der Anzug! Ich kann nicht! Verdammt, Barnes! Es ging nie nur um den Anzug! Mann! 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 Was seid ihr bereit zu opfern? Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde Prophet. Prophet! 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 Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschen gedenken. Nur Befehle, mein Freund! Ist er überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Was? Was? Halt durch! Jeder hat seine Wahl! Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Wants! Halt durch! Alles! Unabhängig! Was ist das, was die Sef nie haben oder verstehen werden? Lawrence! Es ging nie nur um den Anzug! But! Halt durch! Lawrence! Nein! Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale, orbitale Vernichtung. Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Untertitelung. BR 2018 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 In der ersten Woche unserer Ausbildung lehrten sie uns eine Lektion. Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Information und nicht auf seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. Sie nannten mich. Sie nannten mich. Sie nannten mich Prophet. Vergessen Sie mich nicht. Ich bin voll mit mir. Ich bin keih Greenand. Ich bin bald. Ich bin bald, ich bin guter. Was war ich.